Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Trotz Länderspielpause ist ja auf Schalke mal wieder einiges los. Peter Knebel hat offiziell bekannt gegeben, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und da reden wir natürlich nochmal über alle Details. Ansonsten ist nun auch die Vertragsverlängerung von Dominik Drechsel offiziell. Auch da gibt es nochmal spannende Hintergründe und wir blicken natürlich voraus auf unsere beiden Testspiele, denn dort könnten womöglich auch junge Spieler aus der U23 Chancen bekommen. Meine Stimme ist heute ein bisschen angeschlagen, sollte aber hoffentlich trotzdem für euch gehen und wir gehen jetzt mal rein in die aktuellen S04 News. Und wir legen erstmal los mit dem sportlichen Blick auf das, was die nächsten Tage, besser gesagt Stunden, so ansteht und das sind ja eben diese beiden Testspiele gegen die PSV Eindhoven und Maas Mechelen aus der 2. Belgischen Liga. Heute um 14 Uhr sind wir zu Gast bei Eindhoven auf dem Trainingsgelände. Trotzdem wurde nun aber auch offiziell bekannt gegeben, dass es ein Livestream geben wird. Gegen Mechelen gibt es den ja auf jeden Fall. Das ist ja dann am morgigen Donnerstag um 11 Uhr. Soviel also nochmal ganz kurz und knapp zu den Fakten. Und ansonsten ist es natürlich auch durchaus interessant, gegen welche Gegner wir hier so spielen. Denn vor allem heute treffen wir natürlich mit der Pace bei Eindhoven auf einen absoluten Topklub. Denn die Mannschaft vom Ex-BVP-Trainer Peter Bosz hat alle 12 Ligaspiele gewinnen können und führt die Tabelle aktuell auch mit 7 Punkten Vorsprung an. Das ist eine richtig starke Mannschaft und wenn man dann natürlich mal die individuelle Qualität mit unserer vergleicht, könnte man vielleicht denken, oh die werden uns so richtig abschießen. Aber das wird wohl eher nicht passieren, denn was natürlich an solchen Spitzenteamen wie die Pace bei hat, sind einige Nationalspieler und mehrere Leistungsträger sind somit heute gar nicht mit dabei. Die Watz spricht deswegen davon, dass Schalke hier auf eine verbesserte B11 aus Eindhoven trifft. Und dann gibt es aber natürlich auch einige Spieler, die uns hier und heute nicht zur Verfügung stehen. Und auch da gibt es natürlich nochmal einige Details, wer uns denn da fehlt. Yusuf Kabadayi und Assan Oedraogo sind da mit ihren deutschen U-Auslandmannschaften unterwegs. Ralf Fährmann, Kenan Karaman und Tobias Mohr sind nicht mit dabei aufgrund leichten Verletzungen. Tobias Mohr, Glückwunsch dazu, ist er parallel zu dem auch Vater geworden. Fragezeichen stehen dann noch hinter Thomas Kalasch und Ron Schallenberg. Und klar, in der Reha auch weiterhin sind Marius Müller und Leo Greimel. Und dann hat eben auch die Watz bedingt dadurch auch nochmal berichtet, dass Karel Gerrath sich wohl auch U23-Spieler anschauen möchte. Da ist aber noch offen, wen er sich anschaut. Klar ist, Karel Gerrath will, dass jeder Spieler mindestens 90 Minuten spielt aus dem Profi-Team. Denn heute ist ja ein Spiel und morgen ist ja ein Spiel. Da wird logischerweise auch jeder zum Einsatz kommen. Jeder aus dem Profi-Team soll 90 Minuten spielen, mindestens. Und die restlichen Positionen werden eben dann noch mit U23-Jungs aufgefüllt. Und wenn man natürlich sich da mal unsere U23 anschaut, spielt die erst einmal eine richtig starke Saison unter Jakob Fimpel. Und bietet somit natürlich auch Spieler, die vielleicht doch generell interessant sind für unsere Profi-Mannschaft. Über Steven van der Sloot wurde ja schon einige Male gesprochen. Junger rechter Verteidiger aus der Niederlande. Passt eigentlich auch sehr gut offensiv ausgerichtet in das System des Schienenspielers der Dreierkette. Da hoffen wir sicherlich alle, dass er auch da mal tatsächlich eine Chance bekommt. Joey Müller war ja schon einige Male im Profi-Team mit dabei. Spielt auch eine richtig starke U23-Saison. Ist flexibel einsetzbar als linke Verteidiger, Sechser, Innenverteidiger. Jimmy Caparos auf der Sechs spielt dort auch eine wichtige Rolle. Ähnlich wie die beiden Erfahrenen im Mittelfeld. Tim Albutat und Andreas Ivan. Also mal gucken, wie man dort auf jeden Fall dann mal hier und heute ausprobieren wird. Niklas Kastelle, der ja auch schon im Profi-Team mit dabei war. Der fehlt aktuell verletzungsbedingt. Wäre sonst auch sicherlich spannend. Paul Pöpperl, der ja erst ein Neuzugang ist. Der vom TSV Steinbach 2 gekommen ist in unsere U23. Also ein großer Karriere-Schritt. Überzeugt dort richtig. Also ich bin mal gespannt, welche Auswahl Karel Gerrads dort zu treffen wird. Gibt auf jeden Fall einige spannende Jungs bei uns in der U23. Und ein spannender Spieler bei uns ist natürlich auch Dominik Drexler. Und dort wurde ja dann auch gestern das offiziell gemacht, was wir hier auch schon vor einigen Tagen berichtet haben. Dominik Drexler hat seinen Vertrag bei Schalke verlängert. Ursprünglich lief der ja bis zum Ende der Saison, sprich zum Sommer 2024. Und der neue Vertrag läuft eben jetzt bis 2025. Und dazu haben sich natürlich auch dann nochmal unsere Verantwortlichen geäußert. Unter anderem André Hechelmann. Spielintelligenz und Kreativität zeichnen Dominik aus. Er kann Räume geschickt nutzen und das auf dem Spielfeld lenken. Wir freuen uns sehr, dass seine Qualitäten auf und neben dem Platz weiter in den Verein einbringen wird. Denn, ganz interessant, Dominik Drexlers neuer Vertrag bietet auch Optionen für eine weitere Zusammenarbeit. Viel mehr hat Schalke dazu jetzt nicht genau verraten. Es ist aber wohl ein ähnliches Modell wie beispielsweise bei Simon Terodde. Denn Dominik Drexler hat parallel neben seiner Spielerkarriere aktuell auch schon seine Trainerkarriere gestartet, wenn man das so sagen möchte. Hat nämlich die Trainerlizenz B plus erworben. Das kann man eben als Profispieler parallel machen. Und genau das hat eben Dominik Drexler auch getan. Und nun ist es wohl durchaus auch eine Option, dass man den Vertrag vielleicht im kommenden Jahr dann nochmal verlängern wird. Vielleicht aber auch nicht. Und Dominik Drexler sich dann auf seine Laufbahn danach konzentriert. Und genau diesen Weg will ja Schalke auch Simon Terodde ebnen. Da wird man ja nach jeder Saison darüber sprechen, ob es weitergeht oder nicht auf sportlicher Ebene. Und bei Dominik Drexler läuft das eben jetzt ähnlich ab. Karol Gerratz, der freut sich auf jeden Fall darüber, dass die Vertragsverlängerung nun fix ist. Dominik ist ein sehr guter Fußballer, der das Spiel versteht und Verantwortung übernimmt. Insbesondere die jungen Spieler profitieren enorm von seiner Erfahrung. Und Dominik Drexler selber, der will auf jeden Fall weiter auch helfen. Ich freue mich, ein weiteres Jahr für diesen besonderen Verein aufzulaufen. Ich kann mich mit allen Werten, die diesen Verein auszeichnen, identifizieren und werden weiter hart arbeiten, um das in mich gesetzte Vertrauen zurückzuzahlen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es auf sportlicher Ebene mittelfristig mit Dominik Drexler weitergehen wird. Ich finde den Zeitpunkt der Verlängerung auf jeden Fall überraschend, weil es ja dann eben auch von Sportverantwortlichen entschieden worden ist, die vielleicht im kommenden Jahr gar nicht mehr da sind. Peter Knebel ist es auf jeden Fall nicht, das wissen wir ja mittlerweile. Reden wir gleich ausführlich nochmal drüber. André Eichelmann hat auch viel Kritik. Das finde ich dann ist erstmal ein bisschen schwierig. Und wir reden halt hier über einen 33-jährigen Mittelfeldspieler, der natürlich dann auch schon nicht mehr allzu viel im Tank hat, kaum noch 90 Minuten fitnessmäßig schafft. So hört man es zumindest. Und deswegen gibt es da natürlich auch durchaus berechtigte Kritik. Aber was ich eben auch größtenteils gelesen habe, waren positive Nachrichten. Guter Typ, der auf dem Platz immer noch uns helfen kann. Vertragsverlängerung macht da auf jeden Fall Sinn. Und da gehe ich auch durchaus mit. Also ich fände es jetzt falsch, wenn man mit jedem Erfahrenen einfach nur verlängern würde, weil er Schalke versteht, weil er ein guter Typ ist und weil er vielleicht eine Viertelstunde noch guten Fußball spielen kann. Ganz runtergebrochen. Aber vor allem auch bei Dominik Drexler, einer der wirklich auch ein Anführer ist in dieser Mannschaft, der Dinge auch mal kritisch hinterfragt, macht das vom Typ her auf jeden Fall Sinn. Und wenn man ihn eben dann auch nach der Karriere einbinden kann, umso mehr. Und rein fußballerisch überzeugt er auch durchaus noch, was für mich da aber wichtig ist, dass man ihn jetzt nicht als Stammspieler in der Kaderplanung einplanen sollte. Wenn er dann so gut ist und Stammspieler ist, ist das wunderbar. Man sollte aber schon diese Mittelfeldzentrale Position erst recht in puncto Kreativität schon so planen, dass man dort einen klaren Stammspieler hat und Dominik Drexler eben auch dann sozusagen der Backup ist. Dann halte ich diese Verlängerung auch zu diesem Zeitpunkt bedingt durch den nächsten großen Umbruch auch durchaus für sinnvoll. Und diesen nächsten großen Umbruch im nächsten Sommer, den wird einer nicht mehr mitverantworten und das ist Peter Knebel. Denn da wurde heute Morgen offiziell, dass Knebel Schalke 04 auf eigenen Wunsch zum Ende der Saison verlassen wird. Sein Vertrag läuft ja eben dann Ende Juni aus und in einem persönlichen Gespräch hat Peter Knebel dem Aufsichtsrat eben mitgeteilt, dass er selber für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht und somit Schalke zum Ende der Saison verlassen wird. Und dazu hat sich natürlich auch dann Axel Hever, unser Vorsitzender des Aufsichtsrates, nochmal geäußert. Es war in den vergangenen Monaten ein guter und von gegenseitigem Respekt geprägter Austausch, weshalb uns Peters Entschluss nicht überrascht hat. Peter ist in der größten Krise der jüngeren Vereinsgeschichte Vorstand geworden und hat einen großen Anteil daran, dass der Verein den Abstieg 2021 sportlich und finanziell überstehen konnte. In seinen Ressorts konnte Peter wichtige Impulse zur Weiterentwicklung des Vereins setzen. Insbesondere in der Knappenschmiede sehen wir deren positiven Resultate bereits. Er ist eine deutlich höhere Top-Talente-Dichte zu erkennen, weil seine geleistete Arbeit gebührt ihm bereits und jetzt unser größter Dank. Und das ist natürlich auch dann wiederum eine durchaus interessante Geschichte. Denn erst gestern haben wir hier über einen Bildartikel gesprochen, der ja vorausgesagt hat, dass es sehr gut sein kann, dass Peter Knebel von selber sagt, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern. Und nun, einen Tag später, ist es genauso gekommen. Peter Knebel, der seit 2018 für Schalke arbeitet, sprich dann in Summe sechs Jahre bei uns gewesen sein wird, damals er ist Direktor Nachwuchs und Entwicklung, er hat seinen Entschluss auch nochmal erklärt. Es war mir wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen. Deshalb habe ich bereits vor einigen Wochen das Geschmack mit Axel Lefer gesucht und ihm eine weitere Lebensplanung, die die Rückkehr zu meiner Familie in die Schweiz vorsieht, mitgeteilt. In der mir verbleibenden Zeit als Vorstand werde ich weiterhin tagtäglich unserem Cheftrainer Karol Gerratz und Sportdirektor André Hechelmann zur Seite stehen, sowie wichtige Projekte zum Beispiel im Bereich Digitalisierung abschließen. Bis zu meinem letzten Arbeitstag werde ich alles dafür tun, dass Schalke 04 erfolgreich ist und sein wird. Und jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das denn für Schalke eine gute Nachricht ist, ob man es irgendwie hätte anders lösen müssen oder wie auch immer. Und ich finde, hier muss man auf jeden Fall erstmal eine Sache sagen und zwar Danke an Peter Knebel. Wir reden auch gleich nochmal ein bisschen über seine Fehler. Aber Peter Knebel hat uns, wie Axel Lefer auch erklärt hat, in einer unglaublich schwierigen Situation 2021 übernommen. Er hat als Sportvorstand damals richtige Entscheidungen getroffen, unter anderem eben auch mit Rufen Schröder als Sportdirektor, sich ein Fachmann hinzugeholt, wodurch man eben diesen riesen Kaderumbruch damals geschafft hat. Er hat es eben auch mit geschafft, dass man den Aufstieg geschafft hat. Und was ich dort immer noch bemerkenswert finde, auch Peter Knebel war ein Architekt dieses Aufstieges, den wir alle emotional extrem gefeiert haben. Man hat sich dort aber auch im Moment des Erfolgs zurückgehalten. Und ich fand, dass auch bis dahin seine Amtszeit wirklich stark war. Denn ich hatte immer das Gefühl, Peter Knebel ist ein starker Sportvorstand, wenn er sich eher um die strategischen Dinge im Hintergrund kümmern kann. Und das konnte er damals mit einem Sportdirektor wie Rufen Schröder, der eben alles andere gefühlt gemacht hat, in Sachen Transfers, in Sachen Trainer, natürlich auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Und Peter Knebel konnte sich eben dann vor allem auch in dem Bereich sich austoben, wo er stark ist. Und das ist einfach die Nachwuchsabteilung, das kann er. Das hat man ja auch bei diesem Sportkonzept gemerkt. Aber dann sind eben auch einige Dinge passiert, die nicht mehr gut waren. Zeig mal mal wieder, im Erfolg passieren die größten Fehler. Denn auch Peter Knebel hat natürlich mit zu verantworten, dass Frank Kramer Trainer geworden ist. Er hat die Kaderplanung für die Bundesliga mit zu verantworten. Und dann eben auch das Ende mit Rufen Schröder, wodurch er mehr in die Öffentlichkeit gezogen wurde. Es gab diese komische Pressekonferenz nach dem Ende von Rufen Schröder, wo er sich öffentlich nicht gut repräsentiert hat. Meiner Meinung nach, oder von vielen wurde das ja auch so gesagt, mit dieser Rede damals zu Rufen Schröder. Aber es war dann generell komisch, dass die Sportdirektorensuche so lange gedauert hat. Auch dafür war er eben mitverantwortlich. Genauso wie für den Abstieg, die Kaderplanung für die zweite Bundesliga, die Entlassung von Thomas Reis. Und eben auch danach diese sehr komische bis zu peinliche Pressekonferenz nach dem Aus von Thomas Reis, wo er sich ja dann eben auch mit Hechelmann erklärt hat. Und deswegen steht in Summe trotzdem von mir ein Dankeschön an Peter Knebel für diese emotionale, geile Zweitliga-Saison. Auch nach dem Spiel gegen Leipzig, nach dem Abstieg, hatte ich das Gefühl, der Verein ist so nah beieinander wie lange nicht mehr. Und nun, ein halbes Jahr später, ist vieles von dem schon wieder kaputt. Und Peter Knebel wird uns eben dann am Saisonende verlassen. Und ich hoffe sehr stark darauf, dass vielleicht der eine oder andere ihm nachziehen wird und auch selber von sich sagt, es passt nicht mehr und es ist vielleicht wichtiger, neue Impulse zu setzen. Wir brauchen einen neuen Sportvorstand. Wenn das wird, ist es noch komplett offen. Da ist es natürlich auch noch weit weg, bedingt durch den Zeitpunkt. Aber auch hier hoffe ich, dass man irgendwie auch schon dann im Laufe der Rückrunde klar macht, wer Sportvorstand wird, um die neue Saison zu planen. Jetzt für den Winter, auch das wurde noch einmal erklärt von Axel Hefer, macht man es so, wie man eben aktuell aufgestellt ist. Der Aufsichtsrat hat volles Vertrauen in Sportdirektor André Hechelmann und Cheftrainer Karel Gerrertz. Gemeinsam mit ihren Teams werden sie das Wintertransferfenster vorbereiten, und dies in den satzungsgemäßigen Prozessen mit Forschern und Aufsichtsrat umsetzen. Und somit bedeutet das ja schon einmal nicht, dass wir bis dahin irgendwie einen neuen Sportvorstand haben. Das geht übrigens auch gar nicht, denn Peter Knebel kann Schalke zum Beispiel heute oder morgen gar nicht verlassen, denn offiziell haben wir aktuell nur zwei Vorstände mit ihm und Christina Rühlhamers am 1. Januar. Wenn Tillmann da ist, wäre das dann nochmal was anderes. Und auch wenn natürlich Knebel als Typ, als Mensch auch vollkommen zu Recht jetzt auch die Arbeit bis zum Saisonende zu Ende führen sollte, hoffe ich, dass man da schon vorher einen neuen Sportforschen hat, der eben auch dann vielleicht schon früher übernehmen wird. Ganz interessant, es soll ja diese umfassende Analyse geben, wo ja auch schon gesagt wurde, wenn Peter Knebel diese abgibt, dann ist er sein Job eh los. Und diese Analyse soll es wohl trotzdem Ende von Peter Knebel weiterhin geben. Wie bereits angekündigt, wird es bis zur Winterpause eine ausführliche Analyse geben, in der die sportliche Leitung aufzeigen soll, was in den vergangenen Spielzeiten den nachhaltigen Erfolg im Lizenzbereich verändert hat. Die Erkenntnisse wird der Aufsichtsrat im Entscheidungsprozess über die weitere Struktur und personelle Besetzung des Sports einfließen lassen. Und da bin ich dann wirklich mal gespannt, welches Fazit da nochmal gezogen wird. Ansonsten ist es auf jeden Fall schon mal klar, Peter Knebel wird uns zum Ende der Saison verlassen. Und mal gucken, was bis dahin dann natürlich auch noch auf deren Position, auf anderen Positionen so passieren wird. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zu den aktuellen SN4 News in die Kommentare schreiben. Sorry nochmal für meine angeschlagene Stimme. Ja, wird hoffentlich die nächsten Tage wieder besser sein. Und dann sehen wir uns hier auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.